Moin Moin aus Rostock. Und Grüß Gott aus Bayern. Ihr vermischt und vereint sich der Norden und der Süden aus Deutschland. Um ein Buch zu schreiben, digitale Veränderungen zu meistern. Und ihr stellt euch bestimmt die Frage, warum wir uns entschieden haben, das zu tun. Warum hast du noch was getan, Thomas? Ja, ich glaube aus unterschiedlichen Gründen. Also ich denke, dass wir wirklich sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und ich glaube, also mich hat es einfach gereizt, diese Erfahrung weiterzugeben. Bei dir ist es was anderes? Wirklich? Also für mich so, mein Motto ist ja immer, sharing is caring. Und ich denke, wenn wir andere Menschen daran partizipieren lassen können, was wir täglich in unserer Praxis als Change Manager, Trainer und Coach erleben, wenn wir Unternehmen auf dem Weg in die Transformation begleiten, davon auch profitieren können. Deshalb haben wir uns entschieden, gemeinsam dieses Wissen zusammenzupacken und ihnen in diesem Buch ein sehr klares Framework zu geben, wo das Kernthema natürlich immer wieder kommt, wie kriege ich den Herzschlag aktiviert, nicht nur in die Veränderungen zu gehen, sondern mit den Kollegen und den Teams und damit ganz durch die Veränderungen zu gehen. Und ich glaube, dass das Ergebnis wirklich gut geworden ist. Ja, also ich freue mich auch. Ja, also ich freue mich auch. Ja, also ich freue mich auch. Und ich freue mich auch. Untertitelung des ZDF, 2020